Dann etwas schneller. Meine Damen und Herren, wir reden hier um die Verfehlung eines Polizisten, eines jungen Mannes. Ich betone eines jungen Mannes. Er hat einen Fehler gemacht und einen Fehler inzwischen teilweise zumindest eingesehen. Der Fehler ist entstanden, weil er sich wahrscheinlich zu sehr in schlechter Gesellschaft aufhält. Jusos, Linksradikale. SPD wollte ich eigentlich nicht sagen, aber nach dieser Rede sage ich auch SPD. Teile der SPD sind die falsche Gesellschaft für diese jungen Leute. Wir haben hier diesen jungen Polizisten, der, wie gesagt, seinen Fehler eingesehen hat, teilweise. In Zukunft wird er seine Arbeit als Polizist weitermachen können und müssen. Wir brauchen die Polizei, insbesondere aufgrund der angerichteten Umstände in unserem Land. Wenn Sie dazu Beispiele haben wollen, gucken Sie einfach mal nach Saarlouis. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.